Jetzt kommt unsere Träume wahr. Wir probieren eine Tétangé-Cône de Champagne 1996. Das ist ein tolles Champagne. Wir haben 100% Chardonnay in dieser Cuvée und der Jégern war absolut fantastisch. So, ein kleines Arbeit und dann Geschmack. Man muss aufpassen, wenn man eine Flasche Champagne öffnet, weil das gefährlich sein kann. So, man muss ein Visum machen, das öffnen und dann langsam dieses Lärm. Hören Sie das? Perfekt. Top. Und dann ein gutes Gläser. Champagne. Sie können erst schauen, die Luftblase im Gläser. Und dann riechen diesen Parfum, diesen Chardonnay-Geschmack. Und dann trinken mit einer schönen Person. Zum Wohl.